cooking tips follow mit steffen henssler zu diesem wunderbaren gericht mit max mutzke und ihr kennt das nicht anders drei tipps tipp nummer eins das hühnchen hatte gesehen war eingelegt in joghurt wir uns angebraten aber man kann das ganze auch noch mit kokosmilch ablöschen allerdings ungesüßte kokosmilch tipp nummer zwei das ganze war ja relativ scharf und dazu würde ich servieren einen joghurt mit folgendem rezept griechischen joghurt nehmen der einen höheren fettanteil das hilft sehr gut wie die schärfe limettensaft salz und zucker und zum schluss ein feinen schuss olivenöl und das nimmt die schärfe dann von eurer zunge tipp nummer drei hat mit dem reis zu tun den haben wir ja mit safran und mit zimtstange gekocht eine andere variante ist ihr kocht den reis mit knoblauch koriandersaat und dann ganz zum schluss noch wunderbare limetten blätter reingeben dann wird er so ein bisschen fruchtiger das waren die cooking tipps und wenn ihr bock auf kochen habt natürlich mit max mutzke cook and talk aber ich habe auch mit sedo gekocht das sieht auch von cook and talk und ich hoffe ihr abonniert diesen channel weil macht echt laune